Was hinbekommen? Ein scheiß Pick-up zu ziehen. Bist du dabei? Dann hab ich wenigstens eine Ausrede dafür, dass ich gestern keine Beine trainiert hab. Was macht man in so einer Ersatzpause? LKW ziehen. Oder einen Truck oder Ford. Weiter, 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 weiter. Komm! Komm, weiter, 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 weiter. Hat funktioniert? Hat funktioniert. Ich denk mal, es wird nicht jeder hinbekommen, aber die Jungs, die ein bisschen schwerer sind, die werden es hinbekommen. Was hinbekommen? Ein scheiß Pick-up zu ziehen. Bist du dabei? Ähm, schwellt mir schon die Hose ab. Sag mal so, dann hab ich wenigstens eine Ausrede dafür, dass ich gestern keine Beine trainiert hab. Ja, siehste. Hast du heute mit Gabriel Beine trainiert? Äh, Beine. Ich wollte Brust machen. Ja, gut, dann trainieren wir heute wohl über die Brust. Machen wir Brust? Ja, ja. Dann zieh ich mich mal um? Mach das, mach das. Aber erst Truck ziehen oder erst Titten zerlegen? Äh, dann fangen sie gegen Heinz nur an, ne? Ja, gut, dann. Perfekt. Und damit herzlich willkommen auf der Booster-Party im Sports-Send in Gümmerzbach. Gabriel, Wayne. Die Jungs kennt ihr wahrscheinlich. Gabriel sieht scheiße gut aus. Dwayne ist Dwayne. Ich hab schon mal gedacht, der ist sauhässlich. Mehr gibt's nicht zu sagen. Wow. Mich kennt er. Äh, ja. Von daher, viel Spaß am YouTube-Video. Heute werden Trucks gezogen. Ja, heute werden Trucks gezogen. Wir machen jetzt so richtig die Johannes-Lukas-Videos. Ja, ja. Im Übrigen, man merkt das eventuell so ein bisschen. Ich laufe jetzt einfach nur ins Gym rein. Und, ähm, man hört im Hintergrund die Musik. Ich, ne? Ihr versteht, warum ich das geil finde hier. Prost, ne? Oh, der hat mich ständig geklappt. Also, Prost ist ja klar, ey. Ich fang jetzt an mit Training. Ähm, es ist dezent laut, deswegen muss ich schreien. Ähm, Gabriel wartet auf mich. Es gibt Push. Offensichtlich, weil wir beide keinen Bock auf Beine haben. Klassiker. Ah, endlich. Ich warte schon auf mich. Er soll echt aufhören. Ja, zweimal scheißer Plattbeugzug. Schräg fahr ich dir doch noch dasselbe. Kein Scheiß. Maschine. Du wirst gleich so was von mitmachen. Ja? Ja, Gabi sowieso. Da hab ich dich schon draufstehen. Wenn er nicht mitmacht, würde ich ausrasten. Graeme, was sollen die Leute machen, die jetzt das Video gucken? Drei, zwei, eins, gut, eine richtige Antwort. Was sie machen? Ja. Äh, äh. Ich hab gar nicht reagiert am Anfang. 700 Euro bei Paypal überweisen. Ah, Anfänger. Es gibt drei Sachen, die Leute tun sollen. Kreatin nehmen. Ja. Kopfhörer laden. Ja. Indizieren. Vitamin B12. Nein, lass das sein, lass das sein. Ey, Vitamine sind gut. Vitamine sind gut, ja. Siehst du? Ich rede natürlich immer nur von Vitaminen. Kopfhörer geladen, Kreatin genommen. Vielen lieben Dank. Ähm, apropos Kreatin. Wenn ihr das Video jetzt seht, haben wir noch eine 20%-Aktion bei ESN. Heißt, ihr bekommt 20% auf alle Proteine. Und wenn ihr ein bisschen schlau seid, kauft ihr euch die 2-Kilo-Beutel sowohl vom Designer-Way als auch vom Iso-Clear. Da zahlt ihr dann overall mit dem Coutoon-Fisch für das Iso-Clear 36 Euro pro Kilo. Und für das Designer-Way, ich glaub, 32 Euro. Also das ist für Way aktuell ein unschlagbarer Preis. Greift da gerne dazu. Denkt euch ein. Vergesst den Coutoon-Fisch nicht. Weil, ähm, schreibt mir einfach in die Kommentare, wofür ich als nächstes Sinnloses mein Geld investieren soll. Koks und Mütten ist ja ausgelutscht. Und eine G-Klasse. Also, wenn das weitergeht, dann, keine Ahnung. Habe ich immer noch keine, aber ich kann mir mindestens eine für einen Tag oder so mieten. Na, Mäuschen? Was willst du denn trinken? Ich hab gedacht, okay, den musst du besiegen. Egal, was kommt. Wain, was haben wir für Zeiten? 19.03. Bitte? Was haben wir für Zeiten? Ich glaube, 14.09 ist bei dem Männerrekord und bei den Frauen 18.09. Aber was für eine Strecke? Das hier. Schätz mal. Auf die Plätze. Fertig. Los! Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Oh, sie sieht aus. Sie ist ok. Komm, komm, komm. Komm, 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 komm. Wir diensten nicht vorwärts. Du hast du bereit. Komm, komm. Du hast du bereit. Du hast du bereit. Zieh weiter. Komm, komm, komm. Stopp. Was machen wir an so einer Ersatzpause? Lkw ziehen. So nen Truck oder Ford. Ich hab's nicht mit Autos. Davon! Davon, 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 Davon! Jungs, schaffe es! Uuh, uuh, uuh! Warte, weiter, weiter, weiter! Stopp, stopp! Halten wir fest, ich werd jetzt auch verknackt. Ich hoffe, ich reiß mir nix. Bei meinem Glück reiß ich mir irgendwas und kann die nächsten 2 Tage nicht laufen. Verknackst mir irgendwas oder sonst was. So ein klassischer Sprunggelenk-irgendwas-Bums. Komm, 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 komm! Komm, komm, komm! Du musst immer steh da, Junge! Du musst immer steh da, Junge! Sieh, 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 sieh! Sieh, 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 sieh! Aufpass, Höl! So, du bist bereit? Warte? Komm! Auf die Plätze! Fühl deine Follower. Los! Go! Jawohl! Hull, Hull, Hull! Jawohl! Jawohl! Voll Gott! Komm, Junge! Komm, Junge! Komm, Junge! Weiter, 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 weiter! Komm! Komm, weiter, 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 weiter! Jawohl! Jawohl, Junge! Alter! Der Knochen flugt ja richtig los! Maschine, Junge! Und was? Oh, ich könnte nochmal machen, aber das machen wir gleich! Dann siehst du halt aus wie ein lehend Balger, ne? Wien! Wichtige Frage! War eine Frau schneller als ich? Ja, was hattest du wieder? Warte mal! Tolle! Nein! 16! Äh, was hatte Eva? 18,9! Zwei Sekunden! Fast! Also war nicht schneller als du, aber fast! Maschine, Junge! Aber du brutale Zahl! Aber du brutale Zahl! Was? Irgendeiner, egal! Das war eine angenehme Satzpause! So, und äh, weiter geht's Push-Studieren! Brustpresse ruft, glaube ich jetzt! Gabriel! Brustpresse, oder? Brustpresse, oder? Brustpresse, oder? Brustpresse, oder was wollten wir machen? Das war mir nochmal wichtig zu sagen! Ja, die Maschine gerade eben! Ja, alles klar! Dann ab dafür! Undra-Fetzen! Gib ihm! Ich bin jetzt beim Heimtraining dabei, also... Total sinnvoll jetzt! So ist das halt bei Events, ne? Hauptsache rein mit dem Zeug! Das war's. Das ist einfach geil, das ist eine wunderschöne Großfamilie, alle quatschen miteinander, alle sind cool, Training läuft, man versteht sich gut, das ist halt kein McFit, ne? Ich versteh schon, dass Leute Bodybuilding unterstellen, sie werden, naja, vom anderen Ufer. I mean... Dwayne, mach dich das geil, Unterleitner, super Stofferwinkel. Ich zeig dir gleich das Video, dein Arm war noch nie so dick auf nem Video. Pass auf! Es spielt nicht immer die Rolle, wie man's Ganze hier aufsieht, sondern das, was drunter steckt. So, die Party ist vorbei, es wird noch aufgeräumt und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen. Vergesst die Aktion bei ESR nicht. Aktuell, wie gesagt, wenn ihr die 2kg Beutel kauft, 36€ für ein Kilo Isolat, ach, alles gut, Andrea, danke dir. Und 28€ pro Kilo Visanaway, so war's. Wenn ihr die 2kg Beutel kauft, deckt euch ein, ey, 20%, geile Aktion. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, Kortun Fisch, ne? Und nachher, vielen lieben Dank. Ja, das war's.